Radwechsel, Lüftung reparieren, Zündkerzen wechseln, Antenne ausbauen, Wartungsarbeiten. Die millionenfach bewährte Autoreparaturbuchreihe So wird's gemacht, zeigt wie es geht. Hier finden Sie die passenden Reparaturanleitungen für Ihren Astra H oder Safira B. Die über 150 Bände der So wird's gemacht Buchreihe des Schrauberpapstes Rüdiger Edzold bieten Reparaturanleitungen für über 700 Automodelle. Von Audi, BMW, Citroën, Fiat, Ford, Mercedes, Opel, Peugeot, Renault, Skoda, Toyota, VW und vielen mehr. So wird's gemacht.